It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen Video. Heute ist ja Livestream wieder, ab 18 Uhr, ja? Und da gibt es wie immer auch ein Giveaway oder Giveaways. Und obendrauf gibt es jetzt ab heute dann wieder für, ich glaube, ja 14 Tage lang würde ich sagen, ein ganz besonderes Geschenk. Übrigens versuche ich hier mal auf dem zweiten Count mein Glück mit den, äh, mit den Abends Race spielen. Hey, sie. Erschießt mich, what the fuck? Ähm, ja. Ein großes Geschenk. Und zwar leckere Handschüchen. Ich hab, ich denke, ich hab sie im Titel stehen. Meine Güte, das ist laut. Ich hör grad mein eigenes Wort nicht. Ähm, es sind, äh, diese, diese Camo-Armee-Handschuhe oder sowas. Ich denke, ihr könnt ja nachgucken, wie die aussehen, ne? Auf, auf Gögel. Die gibt es, äh, dann als ganz dickes, äh, Geschenk für einen der Subs, ähm, in 14 Tagen. Also in 14 Tagen gehen die dann einfach an jemanden raus. Oh. Und so gut wie jeder Zuschauer, ähm, Subscriber ist, beziehungsweise eben gesubbt, oh, oh, wird. Wir haben ja doch einen Riesenhaufen Subverschenker. Oh Gott, ich geh mein Glück ein und, ah, ah, nice. Da hinten ist einer im Eck. Au, 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 nein, 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 nein. Hören Sie sofort aus, äh, ich werde gerade so hart face-geraped hier drin. Ich muss raus. Ich muss schon raus. So. Okay, aber es sieht gut aus, Leute. Auch, auch live, äh, kann ich es doch immer noch. Ich hab's immer noch drauf. Demort spielt mit, Demort Demmelsen. Ah, alles klar. Wir haben sogar Bubbler mit am Start, die es bezeugen, dass ich hier zumindest aktuell gerade gar nicht, gar nicht so schlecht stehe. Wir schauen mal, was so abgeht. Ah, ich bin auf dem 2. Account nämlich nicht offline. Wisst ihr, ich bin meistens mit dem Main ja offline. Ähm, alleine schon, dass in solchen Aufnahmen nicht dann ständig, uh, Anfragen reinkommen. Äh, Einladungen und so weiter oder, äh, Anschreibungen. Wobei ich das eh lautlos hab. Also, das hört man nicht im Video, aber natürlich stört es mich halt, ne? Wenn da die ganze Zeit Kram steht. Ah, da war ich nicht so stabil am Stiesel-Piesel. Hallo, Sir. standing by the mod. Dammit, das macht mich doch tot. Ne. Ruizel ist... I'm psychopath. It's okay. I don't know actually. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Den Tod hab ich hart verdient. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Das wollte ich grad sagen. Das hätte ich jetzt aber nicht so sehr verdient. Demort. Das wird jetzt ein knappes Ding. Der eine ist ganz nah am meer dran. und ich weiß, dass ich natürlich wieder absolutes Knife-Glück habe. Nichts. Und gerade beim Knife natürlich Jahrhunderte braucht. Ja, man kennt es, ne? Du hast endlich ein Knife. Hast sogar ein, zwei Dinger Vorsprung, aber das Knife will da nicht reingehen. Klar. Oh, 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 er glaubt mir mein absolut verdienten... Oh, schon wieder? What? Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Jetzt ist ein bisschen Beeilung angesagt. Oh, nein. Mein... mein Kill wurde geklaut. Demoth, bitte sei... bitte sei hilflich zu mir. Demoth, Demoth, bitte, 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 Demi, 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 Demi. Oh! Ich hab halt alles nur drauf, weißt? Da ist er. Da ist er, der Demi. So, und jetzt, wo ich sie gerade sehe, es geht um diese Handschuhe, um die Driver Gloves Convoy. Das sind die, um die es gerade geht. Die haben selbst noch einen Trade, weil ich die eben erst oder heute erst drüber getradet habe. Die gibt es dann in exakt 14 Tagen einfach als Geschenk an irgendeinen Sub. Und die Giveaways gibt es aber für jeden. Also wenn bei uns im Livestream von Giveaways die Rede ist, dann kann da jeder gewinnen. Egal, ob man das erste Mal zuschaut oder schon ewig dabei ist, Sub oder nicht Sub ist, Follow oder nicht Follow, das ist vollkommen wurscht. Giveaways, da kann immer jeder mitmachen. Die gehen einfach nur über die Stream-Währung mit den Bubble Dollarn. Und die bekommt ihr einfach, wenn ihr den Stream schaut. An der Stelle natürlich wieder ein riesengroßes Dankeschön an Skin Baron für die absolut geilen Dinger. Hallöchen, Leute, einmal klatschen. Kann man schon mal machen, ne? Gut, dann würde ich sagen, sind wir uns gleich im Livestream, 18 Uhr geht's los. Und die Giveaways sind immer im Stream, irgendwann. Man braucht nicht danach fragen, wann sie sind, denn es gibt keinen Zeitpunkt. Ich werde auch immer sagen, heute noch oder gleich oder bald. Ich werde da nichts Spezielles sagen. Die finden einfach statt, wenn sie stattfinden, damit man eben so ein bisschen am Ball bleibt halt, ne? Klar. Die Streams finden jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr statt. Der heutige Stream, der Donnerstag-Stream geht bis 21 Uhr. Der Dienstag-Stream auch. Freitags machen wir halt immer Open End. Jetzt am Wochenende gibt es auch nochmal spezielle Streams und zwar Samstag und Sonntag. Da werden wir dann E-Sportal-Spiele spielen. Das heißt, macht schon mal euren Launcher bereit, euren E-Sportal-Launcher oder wie das Ding heißt, um da mitmachen zu können. Da werden Späling und ich fünf oder vielleicht sogar sechs E-Sportal-Matchmakings hintereinander machen. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für alles. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.